Bei Rido hat eine außergewöhnliche Körperpflege. Hauptbestandteil ist die Shea Butter und dazu gesellt sich ein außergewöhnliches Produkt und zwar ein Haarparfum. Dieses Haarparfum besteht aus dem Duft und einem Polymer, das man kann sagen ist wie der Ärmel eines Strickpullovers. Das heißt es legt sich um das Haar herum und damit hat man eine ganz zarte Aura, die den ganzen Tag hält. Also immer wenn der Sauerstoff wieder durchgeht, wenn man etwas weniger mit Haar gesegnet ist wie meine eins, kann man das ganz großartigerweise auch als Körperduft verwenden und zum Auffrischen. Das Haarparfum von bei Rido.